Musik Hallihallo! Hallo und damit auch herzlich willkommen bei Hemmungslos, eurem True-Crime-Podcast des Vertrauens. Am Freitag. Am Freitag und heute haben wir auch wieder Freitag, aber Katja, ist heute nicht ein ganz besonderer Freitag, so ein anderer Freitag. Oh ja, heute ist der endlich, der erste, erste 2021, 2020 ist endlich vorbei. Wer hätte es gedacht, Leute, hättet ihr gedacht, dass dieses Jahr 2020 überhaupt jemals endet? Das stimmt wohl, aber Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Ja. Ich hoffe, ihr hattet schöne, besinnliche Feiertage. Also die letzte Folge kam ja während den Feiertagen. Genau. Online, auch diesmal mit zwei Fällen. War dann ein bisschen exklusiver. Und ja, heute geht es wieder gewöhnlich weiter. Letzte Woche hatten wir ja ein paar Schwierigkeiten mit der Aufnahme. Ihr wisst, das Mikrofon. Es war nicht da. Das zweite Mikrofon, es war nicht da. Aber jetzt ist es da. Gott sei Dank. Ja, wir haben wieder, jeder hat wieder ein Mikrofon. Also. Passt alles wieder. Genau, kann es heute richtig losgehen. Und natürlich auch darauf, dass 2021 richtig losgeht bei uns allen. Genau. Der Impfstoff ist da. Es wird besser. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Katja, hast du noch ein Anliegen? Nee, von mir aus können wir starten. Also wir hoffen natürlich, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Genau, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, ihr seid gute Vorsätze. Schöne Vorsätze. Schöne Vorsätze. Schöne neue Jahr gerutscht. Mehr True Crime hören, mehr Hemmungslos hören. Richtig. Aber ansonsten können wir dann von mir aus auch schon loslegen. Ja, heute behandeln wir einen Fall, der wieder ein bisschen in der Zeit zurückliegt. Also, ein bisschen ein paar Jährchen. Und zwar, um genau zu sein, spielt der Fall im Jahr 1965. Hier ereignete sich damals nämlich in Indiana einer der wohl grausamsten Morde der damaligen Zeit. Es geht heute um den Fall der damals 16-jährigen Sylvia Marie Likens, welche damals gefoltert, misshandelt und letztendlich getötet wurde. Wie kam es dazu? Was sind die Hintergründe und die Vorgeschichte von Opfern und Tätern? Das behandeln wir in der heutigen Folge. Ich möchte kurz eine Triggerwarnung dazu aussprechen. Es geht um massive Folter. Wenn das jetzt nichts für euch ist, dann hört euch den Fall bitte nicht an oder zumindest nicht alleine. Ich werde auch während des Falls nochmal explizit sagen, wann die beschriebenen Folterungen, also wann es einsetzt. Ihr könnt auch gerne bis dahin hören und dann einfach überspringen. Ich denke, in die Beschreibung werde ich die Zeit setzen, in der halt die Folter beschrieben wird. Nur möchte ich diese Details einfach im Podcast nicht auslassen, weil ich mich auch generell ein bisschen mit den Foltermethoden immer beschäftigen wollte. Sylvia Marie Likens wurde am 3. Januar 1949 in Libanon, Indiana, als drittes Kind von Lester Cecil Likens und dessen Frau Elisabeth Frances, geborene Grimes, geboren. Insgesamt waren sie fünf Kinder in der Familie, wobei Sylvia das mittlere Kind zwischen zwei Zwillingspaaren war. Einmal Daniel und Diana, die waren zwei Jahre älter als Sylvia und Benni und Jenny, die waren ein Jahr jünger als Sylvia. Ach wie krass, das ist aber auch schon ein krasser Zufall, wenn man zweimal Zwillinge bekommt, ne? Genau, ja und dann zwei Jungen. Ein Junge, ein Mädchen. Genau und jedes Mal, genau, jedes Mal ein Junge und ein Mädchen. Krasser Zufall auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dann als mittleres Kind auch geboren wirst. Oh ja, das stimmt nicht so einfach. Ja, genau und Sylvia fühlte sich nämlich gerade dadurch, dass sie das mittlere Kind war, immer etwas ausgeschlossen in der Familie. So in etwa wie halt das fünfte Rad am Wagen, weil die Zwillingspärchen, die haben so zusammen gehört wahrscheinlich. Genau, die hatten schon eher eine krasse Bindung zueinander. Aber trotzdem hatte Sylvia ein recht gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern und auch vor allem zu ihrer jüngeren Schwester Jenny. Und Jenny, die litt an der Polio-Krankheit, das ist Kinderlähmung. Also Jenny zog immer ein Bein hinterher. Und Sylvia, die kümmerte sich dahingehend immer sehr, sehr gut um ihre kleine Schwester. Sylvia wurde von ihrer Familie immer Cookie genannt, also das war so ihr Spitzname, da sie damals durch einen Unfall mit ihrem einen Bruder wohl einen Schneidezahn verloren hatte oder ein Stück davon abgebrochen war. Als Teenager wurde Sylvia dann von Freunden und Freundinnen als fröhliches Mädchen beschrieben. Sie tanzte gerne, sie hat viel gesungen und sie war großer Fan des Rollschuhfahrens. Also das war so ihr größtes Hobby, das hat sie eigentlich fast täglich gemacht. Und ja, und die Ehe von Sylvias Eltern, die war eher instabil und die Likens, die zogen tatsächlich recht häufig um, da Lester und Elizabeth, die waren Schausteller. Also ihr Job war Schausteller auf Jahrmärkten oder auf der Kirmes in so Buden. Ja, Marktbuden, ja. Genau, und so Jahrmarktbuden. Und sind ähnlichen Angeln. Genau, und dadurch sind die halt sehr viel durchs Land gereist. Außerdem hatte die Familie halt auch finanziell eher etwas zu kämpfen. Fünf Kinder, Schausteller ist nicht unbedingt der bestbezahlte Beruf, da war nicht so viel Geld übrig geblieben. Da die Eltern anscheinend auch etwas überfordert mit den vielen Kindern waren und die Beziehung wirklich nicht die allerbeste war, wurden die Kinder teilweise auch oft eingesperrt oder dazu gezwungen, bei Verwandten zu wohnen. Im Sommer 1965 wurde Elizabeth Likens dann während Ladendiebstahls verhaftet und das brachte das Familienverhältnis dann endgültig zum Kippen. Und an einem Tag gingen Sylvia und ihre Schwester Jenny dann durch die Straßen spazieren und nach einiger Zeit trafen sie dort auf Paula Banischweski. Paula Banischweski ist ein damals 17-jähriges Mädchen, das mit Sylvia schon durch die Schule befreundet war, also kannten sich die Mädchen auch. Und somit gingen dann Sylvia und Jenny mit Paula nach Hause, um dort zu spielen. Sie wollten auch sogar dort übernachten. Also das Familienverhältnis war ja dadurch, dass die Elizabeth Likens geklaut hat und auch in Haft kam, nicht mehr so das Beste. Also wollten die Mädchen auch nicht mehr unbedingt nach Hause und sie haben ihren Eltern auch eigentlich nichts davon gesagt, dass sie zu Paula gehen. Bei Paula angekommen, öffnet deren Mutter Gertrude Nadine Banischweski die Tür und liest dann die Mädchen herein. Gertrude ist selbst Mutter von insgesamt sieben Kindern und hatte somit dann kein Problem, dass ihre Tochter noch zwei Freundinnen mit nach Hause bringt. So, während nun die Banischweski-Kinder mit Sylvia und Jenny spielen, macht sich Lester Likens nach und nach immer mehr Sorgen zu Hause, wo denn seine Töchter bleiben. Weil, wie schon eben erwähnt, die beiden haben nicht Bescheid gesagt, dass sie weggehen. Also, beziehungsweise, dass sie zu Paula nach Hause gehen. Und Lester macht sich dann mit dem ältesten Sohn auf die Suche. Und nach einiger Zeit werden sie in der Nachbarschaft dann bei Gertrude Banischweski fündig. Lester Likens kennt die Frau, also Gertrude, tatsächlich auch vom Hörensagen, aber nur unter dem Namen Mrs. Wright. Wusste also vorher gar nicht, dass sie Gertrude Banischweski ist. Lester trifft nun also dann auf seine Kinder, die ihm auch freundlich entgegenlaufen. Und er unterhält sich nun mit Gertrude. Ganz kurz, weiß man, woher sie diesen Namen da hat? Ja, genau. Aber dazu komme ich nachher nochmal, wenn es ein bisschen mehr um Gertrude geht. Aber gut, dass du fragst. Also ja, Lester unterhält sich dann mit Gertrude und er empfindet sie auch als sehr sympathisch. Sie lädt ihn auf einen Kaffee ein und dadurch, dass die beiden auch gemeinsam viele Kinder haben, haben sie auch direkt ein gutes Gesprächsthema, über das sie sich unterhalten können. Gertrude erwähnt dann auch, dass sie öfter auf Kinder aus der Nachbarschaft aufpasst. Und das kommt Lester in diesem Moment auch wirklich zugute. Denn vorhin habe ich ja schon erwähnt, die Familie Lycans, die sperrt oft die Kinder ein oder bringt diese zu Verwandten, weil sie halt so oft durchs Land ziehen und die fünf Kinder dort eher, in Anführungszeichen, hinderlich sind. Lester bietet Gertrude nun also 20 Dollar pro Woche, damit sie sich um die Kinder kümmert und Lester weniger Stress hat. Man muss sich das vorstellen, 20 Dollar pro Woche waren damals ziemlich viel. Ja, ich habe irgendwo auch nachlesen können, dass Gertrude für ihre Mietwohnung damals 60 Dollar pro Monat gezahlt hätte. Krass, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Genau, aber die Quellen sind da auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich, weil ich habe in sehr vielen Quellen nachgelesen, dass es 20 Dollar pro Woche sind, aber es gibt auch vereinzelte Quellen, da heißt es 20 Dollar im Monat. Aber wenn man den nächsten Verlauf der Geschichte hört, merkt man, okay, es müssten eigentlich diese Dollar pro Woche gewesen sein. Gertrude versprach Lester, dass sie sich gut um die Kinder kümmern würde und Jenny und Sylvia waren auch erstmal froh, dass sie Gertrude sehr mochten und auch mit den anderen Kindern super auskamen. Außerdem war Sylvia und Paula, die waren ja schon länger befreundet durch die Schule. So, und so viel jetzt erstmal vorab. Aber wer ist denn jetzt überhaupt eigentlich diese Gertrude Banischweski? Die eigentlich völlig fremde Frau, zu der Lester Lykins jetzt plötzlich seine Töchter geben möchte. Gertrude Banischweski wurde am 19. September 1928 in Indianapolis als Gertrude Nadine van Vossen geboren. Sie war das Dritte von sechs Kindern. Ihre Familie kam aus der Arbeiterklasse und sie hatten stets wenig Geld zur Verfügung. Am 5. Oktober 1939 sah Gertrude ihren 50-jährigen Vater, an dem sie sehr hing, an einem plötzlichen Herzinfarkt sterben. Dadurch trug Gertrude anscheinend auch ein starkes Trauma mit sich, weil sie sehr, sehr ein großes Papakind war. Dann mit 16 brach Gertrude die Schule ab und heiratete den zwei Jahre älteren John Banischweski. Als das Paar vier Kinder hatte, ließ sie sich scheiden. Gertrude Banischweski heiratete dann Edward Guthrie. Guthrie? Ich hoffe, man spricht das so aus. Das ließ sich aber nach nur drei Monaten Ehe erneut scheiden, da Edward keine Verantwortung für fremde Kinder übernehmen wollte. Gertrude kehrte somit dann zu ihrem ersten Ehemann John zurück. Von ihm bekamen sie dann zwei weitere Kinder und sie war 34, als ihre Ehe sieben Jahre später endgültig in die Brüche ging. Also hat den Mann geheiratet, hat sich scheiden lassen und so weiter. Danach hatte sie dann einen 23-jährigen Geliebten, den Dennis Lee Wright, mit dem sie eine Weile unehelich zusammenlebte, der sie jedoch dann missbrauchte und sitzen ließ, als sie von ihm zuerst eine Fehlgeburt und dann ein weiteres Kind bekam. Das war dann ihr Sohn Dennis Lee Wright Jr. Und um dann zu verschleiern, dass sie ein uneheliches Kind hatte, nannte sie sich nun Mrs. Wright. Daher kommt der Name unter dem Lester Lykins sie kannte. Ach so, okay. Danach spalten sich so ein bisschen die Quellen. Ich habe dann herausgefunden, dass sie allgemein öfter Fehlgeburten hatte. Von bis zu fünf war da die Rede und sie hatte anscheinend auch immer wieder wechselnde Männer. Mit keinem war sie aber länger glücklich. Gertrude litt später auch unter starken Depressionen und dauerhaftem Stress aufgrund ihrer vielen gescheiterten Ehen. Sie war 1,68 Meter groß und wog nur 45 Kilo und war auch als schwere Asthmatikerin bekannt. Das muss man sich mal vorstellen, wie, ich sag mal, zierlich die Frau dann eigentlich war. Ja, stimmt. Ich packe auch ein Bild in die Info, also in das Infoblatt auf Instagram, was ich immer poste. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da sind immer ein paar interessante Bilder. Und ja, also wenn man es so überlegt, eigentlich hinter der Fassade eine sehr zerbrochene Person. Aber das konnte Lester Likens ja zu dem Zeitpunkt, als er die Kinder dort abgab, nicht wissen. Weil er hatte ja ein nettes Gespräch mit Gertrude geführt. Sie hat ja nicht wirklich was von ihrer Vergangenheit oder ihren seelischen Lasten erzählt. Ja, was sind denn so bis jetzt deine Gedanken zur Erzählung? Ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt merkwürdig. Also ich meine, die Eltern waren ja wohl schon ein bisschen komisch drauf. Aber also ich würde meine Kinder jetzt nicht für längere Zeit einfach zu einer Frau geben, die ich gerade seit vielleicht einer halben Stunde kenne oder so. Ich meine, dass man seine Kinder mal bei guten Freunden lässt, die man halt wirklich schon jahrelang kennt. Dass die dann halt wirklich auch mehrere Wochen vielleicht da bleiben können. Okay, aber ich würde meine Kinder jetzt nicht einfach bei so einer fremden Frau da abgeben, mit der man sich kurz unterhalten hat und man dann sagt, okay, ja, die scheint ja nett zu sein. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber man muss sich, also ich habe da ein bisschen überlegt und man muss sich halt im Klaren sein, das waren halt die 60er. Ja, natürlich, aber trotzdem. Das ist da komplett anders und Gertrude war halt eine, muss man sich vorstellen, eine sehr attrette Frau. Sie war immer gut gekleidet, hatte ein unglaublich aufgeräumtes Haus dafür, dass sie so viele Kinder hatte und sie hat halt auch einfach einen guten Eindruck gemacht. Und ja, heutzutage würde man das niemals machen, seine, denke ich mir, also seine Teenager-Kinder für 20 Dollar in der Woche irgendwo hingeben. Aber ja, Gertrude konnte das Geld gut gebrauchen und hat die Situation anscheinend auch charismatisch ziemlich ausgenutzt, weil sie Lester so ein bisschen um den Finger gewickelt hat durch den Kaffee, die netten Gespräche. Ja, vielleicht hat der Mann ihr einfach direkt vertraut. Man weiß ja nicht. Ja, wahrscheinlich, aber ob da jeder so gehandelt hätte, auch in den 60er-Jahren, ist halt nochmal eine andere Frage. Aber dadurch, dass die ja eh öfter ihre Kinder irgendwo anders gelassen haben. Ja. Ja. Es hat sich halt einfach gut ergeben, statt immer die Kinder einzusperren oder zur Familie zu bringen, mit der Familie Stress zu haben. Ja. So. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur Tat. Also zum Tathergang. Der ist ein wenig länger. Und ja, jetzt ist bei Familie Bannisch-Wesky natürlich viel los, denn Gertrude hat sieben Kinder, mit Sylvia und Jenny sind es insgesamt dann neun und jedes dieser Kinder hat natürlich nochmal viele Freunde. Ach, haben die nur die Jenny und die Sylvia da gelassen? Genau. Die anderen, wie viele waren es noch drei? Ja, noch drei weitere. Nee, die nicht. Nur Jenny und Sylvia. So, die Freunde von den Kindern sind natürlich jetzt auch immer total willkommen im Haus und die Kinder kommen auch immer gerne zu Gertrude Bannisch-Wesky, denn Gertrude hat es nicht so mit der Aufsicht, tatsächlich. Oh, okay. Die Kinder können dort also alle zusammen im Haus rauchen, trinken, wie sie wollen. Gertrude nimmt das alles nicht ganz so ernst. Die Nachbarskinder fühlen sich dann dort einfach wohl und das Haus der Bannisch-Weskys hat einfach allgemein einen unglaublich guten Ruf in dieser Straße. In der ersten Woche ihres Aufenthalts läuft das Ganze für die Likens-Kinder dann auch noch recht gut. Jedoch wendet sich das Blatt dann in der zweiten Woche, als die Bezahlung von Lester Likens zu spät eintrifft. Das macht Gertrude so rasend, dass sie die beiden Mädchen mit einem Paddel schlägt. Oh Gott, okay. Nur weil das Geld zu spät, also das Geld kam, aber es kam zu spät, oder wie? Genau, es kam zu spät. Okay. Und die Mädchen können ja am wenigsten dafür. Das stimmt wohl. Gertrude soll währenddessen dann auch Aussagen wie, ich habe auf euch kleinen Schlampen aufgepasst und habe kein Geld bekommen, getätigt haben. Vorwiegend ließ Gertrude jedoch ihren Frust dann auch an Sylvia aus und weniger an Jenny. Weil die Jenny schon gehandicappt ist vielleicht? Könnte man meinen, aber dazu kommen wir später nochmal. Aber es ist eine wichtige Information, dass sie vor allem es an Sylvia ausliest, nicht an Jenny. Und auch trotz dessen, dass die Bezahlung, die darauffolgenden Wochen dann immer pünktlich kam, hatte Gertrude anscheinend Gefallen daran gefunden, dem Mädchen immer noch vorwiegend Sylvia wehzutun. Beziehungsweise sie zu tyrannisieren. Interessant ist dann auch, dass tatsächlich die Eltern der Mädchen immer wieder mal zu Besuch kamen, um nach den Rechten zu sehen, zu schauen, wie es ihren Kindern geht. Aber Jenny und Sylvia haben sich nie beschwert. Krass, warum denn nicht? Genau, sie haben einfach nichts gesagt. Die haben einfach immer gesagt, ja, alles ist in Ordnung. Vielleicht hatten sie Angst, dass man, ich weiß nicht. Aber sie haben sich anscheinend nicht beschwert. Man beschimpfte Sylvia immer wieder und warf ihr auch ohne genügend Beweise vor, dass sie einen Gymnastikdress aus der Schule gestohlen hat, ohne dass sie halt nicht am Sportunterricht teilnehmen durfte. Und danach wurde ihr von Gertrude auch der Schulbesuch untersagt. Ja, das habe ich auch nicht unbedingt verstanden, aber so war das anscheinend damals, dass du, du hast diesen Gymnastikdress gebraucht und wenn du es nicht hast, dann... Du durftest du nicht teilnehmen. Genau. Ebenso warf man ihr dann auch, also Sylvia, die Lügerei, die Unpünktlichkeit, unzureichende Hygiene vor. Also sie soll sich nicht richtig gewaschen haben und auch nicht ordentlich gekleidet. Und die Vorwürfe, die Gertrude Sylvia machte, wurden dann auch immer, immer schlimmer. Anfangs war es nur die Unpünktlichkeit, die mangelnde Hygiene und plötzlich beschuldigte Gertrude Sylvia der Promiskuität. Das heißt? Genau, Promiskuität bedeutet Geschlechtsverkehr mit ständig wechselnden Partnern. Okay. Genau. Sie gipfelt dann tatsächlich das Ganze darin, dass sie herumerzählt, dass Sylvia schwanger sei. Die war wie alt nochmal jetzt? Zu dem Zeitpunkt 15 oder 16. Okay. Ich glaube, sie müsste 16 tatsächlich schon gewesen sein. Interessant daran ist aber dann, dass zu dieser Zeit eigentlich Gertrudes älteste Tochter Paula schwanger war. Aha. Genau. Von einem verheirateten Mann, der nun aber nichts mehr von Paula und dem ungeborenen Kind wissen wollte, sondern plötzlich bei seiner Frau bleibt. Ja, logisch. Ja. Und statt sich dann um ihre Tochter zu kümmern, projiziert Gertrude alles, was ihr von Paula erzählt wird, auf Sylvia und lässt es an Sylvia aus. Lässt Sylvia dafür büßen. Paula Banischweski soll Gertrude dann außerdem noch angelogen haben und gesagt haben, dass Sylvia sie als Prostituierte bezeichnet hätte. Und nachdem Paula dann auch sieht, wie ihre Mutter mit der Situation umgeht, tut sie es ihr gleich und auch sie beginnt, Sylvia zu schlagen und zu misshandeln. Obwohl Paula ja eigentlich vorher auch die Freundin war von Sylvia. Eben habe ich ja kurz erwähnt, dass das Haus der Banischweskis immer reich besucht war, von Freunden und Nachbarskindern. Und tatsächlich beginnt Gertrude letztendlich auch damit, die Nachbarskinder anzustiften, all ihren Hass an Sylvia auszulassen und ab dem Punkt eskaliert dann alles. Also was nun folgt, sind jetzt explizite Beschreibungen von Gewalt und Folter. Also wenn ihr das nicht abhaben könnt, wie gesagt, ab hier vorspulen. Die Zeit steht in der Beschreibung. Gertrude beginnt zuerst, Sylvia die Nahrung zu verweigern und fing danach an, sie zu zwingen, ungenießbare Dinge zu essen. Sylvia musste daraufhin erbrechen und wurde danach gezwungen, ihr Erbrochenes zu verspeisen. Ihhh, oh Gott. Und das alles vor den Augen der Banischweski-Kinder, vor den Nachbarskindern und vor ihrer eigenen Schwester Jenny. Einer der Nachbarsjungen, Coy Hubbard, war damals 15 Jahre alt und ein Freund von Gertrudes 14-jähriger Tochter Stephanie, schlägt Sylvia eines Tages brutal zusammen und Paula schubst Sylvia dann aus dem ersten Stock die Treppe runter. Gertrude animiert die Kinder immer wieder, Sylvia mit Zigaretten zu verbrennen. Sie soll insgesamt über 100 Mal am ganzen Körper verbrannt worden sein. Eine der Misshandlungen führt letzten Endes sogar dazu, dass Sylvia inkontinent wurde, also sprich, sie konnte ihren Urin nicht mehr halten. Die Misshandlung, die dazu führte, bestand darin, dass Sylvia dazu gezwungen wurde, sich eine Colaflasche mehrmals in ihre Vagina einzuführen, vor den Augen aller Anwesenden. Ab nun macht Sylvia dann immer wieder ins Bett nachts. Am 10. Oktober wird Sylvia Likens dann, nachdem sie ihr Bett benässt hat, in den Keller gesperrt. Dort wurde ihr dann die Nahrung komplett verweigert. Sie wurde mit heißem Wasser verbrüht und ihr wurde immer wieder Salz in ihre Wunden gestreut. Kleidung wurde ihr ebenfalls verweigert und sie wurde auch als Übungs-Dummy für die Judo-Sitzungen der Kinder verwendet. Alles klar, ey, oh mein Gott. Während solch einer Sitzung schlug ihr Paula Bannischweski auch einmal so hart ins Gesicht, dass Paula sich das Handgelenk brach und einen Gips tragen musste. Also es war schon eine gewaltige Wucht, mit der die Kinder auf Sylvia eingeschlagen haben. Später wurde dann auch Jenny gezwungen, ihre eigene Schwester zu schlagen. Die Bannischweski-Kinder machten sich auch einen Zeitvertreib daraus, dass sie sich von den Nachbarskindern 5 Cent bezahlen ließen, damit diese Sylvia nackt sehen durften. Sylvia wurde gezwungen, ihren eigenen Kot zu essen, sowie ihr eigenes Urin zu trinken. Mein Gott. Sie sollte ebenfalls einen Brief verfassen, in dem sie schrieb, dass sie von den Bannischweskis ausgerissen sei. An die Eltern oder wie? Genau, allgemein sollte sie einfach so einen Brief schreiben. Richtig vermutet hat Sylvia dann, dass man ihren Tod plante und sie wollte dann auch fliehen, aber das gelang ihr nicht. Sie soll auch versucht haben, die Nachbarn um Hilfe zu bitten, indem sie geschrien hat im Keller und mit einem Spaten gegen die Wände geschlagen hat. Aber auch das war ohne Erfolg. Sie hatte auch einfach keine Möglichkeit, ihre Familienmitglieder zu kontaktieren. Der Brief ist später auch noch wichtig, also das noch kurz im Hinterkopf behalten. Am 22. Oktober wurde Sylvia erlaubt, dass sie oben außerhalb des Kellers schlafen durfte, unter der Bedingung, dass sie lernt, sich nicht einzunässen. Aber am nächsten Tag sah Gertrude halt, dass Sylvia sich eingenässt hat. Ja, wie soll sie das denn lernen, wenn sie es nicht mehr kann, weil sie da so verletzt wurde? Ja, das ist die Frage und weil sie sich dann doch eingenässt hat, was ja eigentlich voraussehbar war, musste Sylvia zur Strafe vor allem mit einer Colaflasche masturbieren. Oh mein Gott. Das Mädchen war 16 nur nochmal. Oh mein Gott. Und danach wurde sie dann komplett entkleidet, also oben durfte sie Kleidung tragen, im Keller durfte sie davor ja keine Kleidung tragen. Und also das nächste ist heftig, da muss ich auch selber schlucken. Also als man sie dann nämlich entkleidet hat, ritzte Gertrude ihr auf Vorschlag von Ricky Hobbs, also einem anderen Nachbarsjungen, mit einer klühenden Nadel I am in den Bauch und den Rest des Satzes A prostitute and proud of it übernahm dann Ricky Hobbs selbst. Alles klar, oh mein Gott. Also übersetzt, nochmal für die, die kein Englisch können, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf. Die Kinder entschieden dann, den Buchstaben S über ihre Brust zu ritzen, das soll Sylvia oder Sklave bedeuten. Daraufhin verspottet Gertrude nun Sylvia, dass sie aufgrund des Satzes nie wieder einen Mann heiraten könne. Und danach brachte man sie dann wieder in den Keller. Jetzt kommen wir dann auch schon nach den massiven Folterungen und Misshandlungen zum Tod von Sylvia. Und zwar wurde sie am 24. Oktober 1965 von Gertrude und einem der Nachbarsjungen mit einem Stuhl bzw. einem Besenstiel bewusstlos geschlagen. Und zwei Tage später, also am 26.10. erlag Sylvia Likens dann ihren schweren Verletzungen. Oje, einfach nur schlimm. Nach ihrem Tod wurden neben einer Hirnschwellung auch enorme Unterernährungen diagnostiziert. Und während ihrer letzten Tage soll sie nur Kekse zu essen bekommen haben. Und die Toilettennutzung soll ihr verwehrt worden sein, also verweigert. Sylvia Likens wurde auf dem Oak Hill Friedhof in Libanon, Indiana dann begraben. Und natürlich fragt man sich dann, wie wurde Sylvias Leiche überhaupt gefunden. Denn Gertrude Banischweski wollte natürlich nicht, dass man ihr Sylvias Tod zurechnet. Im Endeffekt hat sich Gertrude dann eine Geschichte ausgedacht und manipulierte die Nachbarskinder und auch ihre eigenen Kinder, ihr dabei zu helfen. Unter anderem sollte der Nachbarsjunge Ricky Hobbs, welcher er schon vorher bei den Misshandlungen half, die Polizei rufen und sagen, er hätte die Leiche in ihrem jetzigen vorliegenden Zustand im Garten gefunden. Sylvias Leiche wurde also in den Garten gepackt und die Polizei wurde gerufen. Gertrude sagte aus, dass Sylvia vor einiger Zeit ausgerissen war und sie nun in diesem Zustand im Garten gefunden wurde. Deswegen der Brief, ne? Genau, deswegen der Brief. Und durch diesen Brief schien die Polizei auch erstmal zu glauben, was Gertrude erzählte. Jedoch wurden sie dann nach einigen Untersuchungen der Leiche stutzig und durchsuchten daraufhin das Haus der Banischweskis. Im Haus trafen sie dann auf Jenny Likens und in einem unbeobachteten Moment nahm Jenny einen der Ermittler zur Seite und flüsterte ihm zu, get me out of here and I'll tell you everything. Also zu deutsch, bringen sie mich hier raus und ich werde ihnen alles erzählen. Letzten Endes brachen dann auch die anderen Kinder ihr Schweigen und sagten mehrfach aus, was im Haus der Banischweskis vor sich ging und was auch sie selbst getan hatten. Daraufhin wurde Gertrude selbst, ihre 17-jährige Tochter Paula, zwei weitere ihrer Kinder, Ricky Hobbs, der zunächst die Polizei gerufen hat, und Coy Hobart, welcher Sylvia zuvor die Treppe, also zusammenschlug und die Treppe runterschubste, wegen Mordes angeklagt. Gertrude Banischweski wurde, trotz dass sie auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Durch eine Widerrufung wurde der Prozess jedoch dann später nochmal neu aufgenommen. Der Schuldspruch wurde dort zwar bestätigt, jedoch schränkte man das Strafmaß insofern ein, dass Gertrude bei guter Führung nach 18 Jahren Haft freikommen soll. Oha. Oha. Genau, du kannst dir bestimmt auch vorstellen, dass das einen riesigen Aufruhr in der Öffentlichkeit gab. Ja, natürlich. Das resultierte im Endeffekt dann darin, dass Gertrude eine richtige Vorzeigegefangene wurde und von anderen Mitgefangenen wurde sie sogar Marm genannt. Okay. Also anscheinend hat sie das komplette Gefängnis so manipuliert, dass sie da unglaublich gute Führung hatte. Und als sie dann nach 18 Jahren freigelassen werden sollte, kam es zu einem riesigen Protest, also im öffentlichen Raum. Also der war sogar so groß, dass Jenny und ihre Familie eine Fernsehansprache hielten und verschiedene Gruppen sammelten Unterschriften, insgesamt über 40.000 Stück, gegen Gertrudes Freilassung. Absolut richtig. Das finde ich richtig gut, dass sie das gemacht haben. Ja. Dennoch kam Gertrude Banischweski am 4. Dezember 1985 auf Bewährung frei. Ernsthaft. Ja. Sie nahm wieder ihren Geburtsnamen mit leichter Änderung an und verbrachte dann den Rest ihres Lebens in Iowa, wo sie am 16. Juni 1990 im Alter von 60 Jahren an Lungenkrebs verstarb. Ja, da hat sie wenigstens mal noch gutes Karma gekriegt, dass sie mal doch den Lungenkrebs da bekommen hat. Das stimmt wohl. Also ihr Leben war nicht allzu lang danach. Die anderen Kinder, die am Fall beteiligt waren, also Paula, Stephanie und John Banischweski, sowie Richard Hobbs und Coy Hubbard, wurden ebenfalls wegen Mordes verhaftet. Und Paula Banischweski, welche noch während dem Prozess ein Kind gebar, das Kind nannte sie auch dann Gertrude, also nach ihrer Mutter, wurde 1966 zu einer lebenslänglichen Haft, also Begründung mit vorsätzlichem Mord, welche später aber nach Wiederaufnahme des Falls, als sie sich des Totschlags dann schuldig bekannte, in zwei Jahre umgeändert wurde, also nach zwei Jahren kam sie dann frei, 1974 war das. Genau. Einige Jahre später heiratete sie dann und bekam ihr, also bekam zwei weitere Kinder und John Banischweski wurde ebenfalls für zwei Jahre inhaftiert, dann kam auch er frei. Das ist ja wohl so heftig. Genau, ja. Zwei Jahre, wenn man mir jemanden so krass gefoltert hat, also da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Das stimmt. Der Coy Hubbard wurde ebenfalls für zwei Jahre inhaftiert, bevor er frei kam, ebenso wie Richard Hobbs. Also jedes der Kinder wurde für zwei Jahre inhaftiert. Also die 18 Jahre waren ja schon zu kurz dafür. Ja. Und zwei Jahre einfach nur, oh. Genau. Sie waren noch anscheinend alle in Jugendbesserungsanstalten, also nicht in der richtigen Inhaftierung, sondern weil sie ja noch Jugendliche waren. Aber trotzdem. Und die Stephanie Banischweski, die wurde freigesprochen. Mhm. Genau. Also das war die Einzige, die keine Strafe bekam. Ja. Das sind so die Urteile. Einfach nur unglaublich, finde ich. Total, auf jeden Fall. Ich hoffe, man hat das, wie ich das so erzählt habe, wenig verstanden. Natürlich. Ich habe mich, glaube ich, ein, zwei Mal ein bisschen verhaspelt, aber es ist auch echt unglaublich und ja, einfach nur unglaublich. Jetzt habe ich mir natürlich während meiner Recherche die Frage gestellt, warum es denn hauptsächlich Sylvia getroffen hat. Das hast du dich ja auch vorhin gefragt. Du hast ja gedacht, das liegt vielleicht daran, dass Jenny irgendwie, weil sie etwas minder bemittelt war durch ihre Polio-Krankheit, es dadurch nicht so abbekommen hat. Aber in meiner Recherche habe ich tatsächlich ganz andere Beweggründe dafür gefunden. Tatsächlich konnte ich nämlich einige psychologische Urteile dazu finden, welche sich auf die Psyche von Gertrude Banischweski beziehen und vor allem auf ihre Eifersucht. Denn Gertrude soll eifersüchtig auf Sylvia gewesen sein. Weil? Sylvia war jung, hübsch, sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich und sie war in Gertrudes Augen einfach vollkommen anscheinend. Sylvia war wirklich ein hübsches Mädchen, trotz ihres Schneidezahns, den sie ja verloren hat. Und Sylvia konnte noch so viel aus ihrem Leben machen und Gertrude eigentlich einfach nicht mehr. Sie hatte viele Kinder, ihr Leben verlief nie gut und sie hat auch eigentlich nie wirklich was daraus gemacht. Ja, eher sogar im Gegenteil. Sie brach ja die Schule ab, sie hat nichts gelernt, sie war depressiv, sie war chronisch krank, unglaublich untergewichtig und hat somit anscheinend Sylvia für alles beneidet. Und Jenny stand dort durch ihre Kinderlähmung halt eher im Schatten von Sylvia. Und deshalb war Jenny für Gertrude wohl auch eher das Anführungszeichen weniger hassenswerte Objekt. So haben es einige Psychologen anscheinend ausgedrückt. Da kann man auch sich nochmal kurz auf das vorige Leben von Gertrude zurückbeziehen mit ihren Ehemännern. Ihr Vater ist gestorben, an dem sie sehr gehangen hat und das hat diese Frau einfach gebrochen, wie ich schon vorher im Fall erzählt habe. Und deshalb musste Sylvia anscheinend leiden, unglaublich leiden und qualvoll sterben. Ja, definitiv ganz schön heftig. Also nur wegen Eifersucht. Und weil ja irgendwelches Geld nicht rechtzeitig kam, ein Kind so zu misshandeln, zu foltern. Also sowas kann man sich ja im Traum nicht ausdenken. Tatsächlich bin ich mir da gar nicht mal so sicher, ob es wirklich an dem Geld lag, weil das kam ja danach auch immer pünktlich. Ja, ja, also ausschlaggebend war wahrscheinlich einfach diese Eifersucht. Genau, aber irgendwo, ich sag jetzt mal, irgendwo musste es halt anfangen. Richtig. Und vermutlich dann die Sache mit dem Geld, Gertrude. Beziehungsweise konnte es man ja darauf dann schieben, ne? Genau. Von wegen, ja, deine Eltern haben dich rechtzeitig bezahlt. Ich denke, durch ihre vielen Depressionen, durch ihre Krankheit war sie wohl auch nicht so gelassen, wie sie es zu, also wie sie es immer tat und wie sie es halt auch für Lester Likens vorgab. Kann man sich ja vorstellen, weil so Menschen sind innen drin halt auch einfach unglaublich kaputt. Da denkt man sich jetzt halt auch, so hätten die zwei Mädels mal besser was von Anfang an direkt gesagt, als die Eltern, die noch besuchen kamen. Genau, ja, sie haben ja auch einfach nichts gesagt. Ja. Vielleicht aus Angst. Man, man weiß es nicht. Einfach nur unglaublich schrecklich, der Fall, also. Definitiv. Ich muss während der Recherche auch echt einige Pausen einlegen. Ja, verständlich. Weil, wenn du sowas liest, das, es macht dich einfach irgendwo selber so ein bisschen, bisschen kaputt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber trotzdem wollte ich, wollte ich den Fall auch einfach machen. Ich wollte auch unbedingt explizit halt die Folterung beschreiben. Nochmal für, damit ihr das auch wisst. Ich wollte es einfach beschreiben, weil ich finde, das ist auch wichtig zu wissen, zu was Leute halt einfach am Stande sind. Gegen Kinder oder Jugendliche halt auch. Ja, und wenn ihr natürlich Bilder zu dem Fall sehen wollt, dann könnt ihr auf Instagram, wie immer, vorbeischauen. Genau. Da gibt es ja zu jedem Fall immer einen Infopost, den Jackie macht. Und da könnt ihr dann gucken, da gibt es bestimmt einiges, was, oder? Gibt es ja bestimmt einiges an Bildmaterial. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich denke, es gibt auch Bilder von Jenny Likens heute, zum Beispiel. Und ich glaube auch von Paula, aber nicht Weski. Die werde ich alle da noch reinpacken. Deshalb, wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr gerne vorbeigucken. Das würde mich sehr freuen. Lasst uns gerne auch eine Empfehlung, äh, eine Empfehlung. Ja. Lasst uns gerne auch eine Rezension auf Apple Podcast da. Wenn ihr dazu in der Lage seid, das würde uns sehr helfen. Oder folgt uns auch gerne überall, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Ja. Ich hoffe, euch hat der Fall gefallen. Ja. Genau. Und dann würde ich auch sagen, hören wir uns. Ja. Sind fertig. Hören wir uns nächsten Freitag wieder. Auf jeden Fall. Der Fall war jetzt auch, glaube ich, ja echt ein bisschen länger. Ja. Bin ich sicher. Mit Schneiden wird es einfach ein bisschen kürzer. Aber ja, dreiviertel Stunde. Ja. Also bis zum nächsten Mal, würde ich behaupten. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Musik 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 Musik